Mein Name ist Rudolf Pleil, ich wurde am 7. Juli 1924 im Erzgebirge geboren und so wurde ich zu einem der schlimmsten Serienmörder Deutschlands. Als ich neun Jahre alt war, musste ich meine Eltern durch Grenzschmuggel unterstützen und wurde mehrmals verhaftet. Mein älterer Bruder war bereits früh verstorben und meine Schwester wurde aufgrund eines NS-Gesetzes aufgrund ihrer Epilepsie zwangssterilisiert. Im Jahr 1939 verließ ich im Alter von 15 Jahren mein Zuhause und begann eine Lehre als Fleischer, die ich jedoch nach wenigen Wochen abbrach. In den Jahren 1946 und 1947 wurde ich als Serienmörder bekannt und beging mindestens 10 Morde, nach eigenen Angaben sogar 25. Ich wurde wegen Totschlags zu zwölf Jahren Gefängnis verurteilt, nachdem ich einen Verkäufer mit einer Axt erschlagen hatte. Später erhielt ich eine lebenslange Haftstrafe für neun Vergewaltigungs- und Mordfälle. Am 18. Februar 1958 nahm ich mir im Gefängnis das Leben, in dem ich mich erhängte.